Wer ist da schon raus? Und hopp, spring! Geht wie viel Meter? Pff, ich mach immer so ab... ...20, 15 auf. Wo steht das überhaupt? Geschätzt. Ich kann ja Höhe schätzen. Oh oh. Oh shit, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich halte die Gegner aus. Ah! Ey, dieser Kackspieler! Ey, das gibt's doch nicht! Ich hasse diese fucking Scheiß-Troller! Boah! Leck! Ey, die sind schlimmer wie Pickel am Arsch! Ey, jetzt schon wieder, Mann! Jetzt krieg ich aber gleich durch, ey! Mach den mal platt, den Penner! Ey, bei seinem Namen... Bei seinem Namen ist es doch klar, dass er noch nicht ist! Wenn ich nicht nur trollen will! Enemy number one! Gut! Sehr geil! Komm ich hier nicht mehr rüber! Oh, jetzt hat er das Spiel verlassen! Oh, wie schade! Oh, wie schade! Weil ich bin einmal... Mit einmal zurückgeschossen! Muss man diese blöden Dinger jetzt... Weil die Zeit läuft ab, glaube ich. Ne, bei mir läuft keine Zeit ab. Falsche Seite, oder was? Wo bist du, du? Ja, mich hat's dahin gespawnt! Okay! Fertig, oder was? Ja! Wir haben noch keinen einzigen gekillt! Ah, scheiße! Jetzt hätte ich versteckt die Kills, Schatzi! Hahaha! Das schreckt mich nicht so! Nimm eine Signalfacke! Wo ist die? Die sind hier! Ich hab schon einen geworfen! Warte, ich muss irgendwie zu euch rüberkommen! Das ist eine gute Frage, wie ich da rüberkomm! Ja, du bist auf... Du bist auf dem Weg! Ja, aber ich komm hier nirgends rüber! Guck mal, ey! Du kannst hier über den Zaun klettern! Wo? Also, du bist... Du bist dem... Hahaha! Komm hier, nicht rüber! Ey, das ist scheiße! So, ich hab dir eine Kiste! Ich werd auch eine holen! Ja, dann musst du dich umbringen! Damit du außerhalb spawnst! Okay! Warte, halt dein! Ich ist zu spät! Ja, der muss doch eh noch eine Kiste hier holen! Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war! Lol! Warte, ich hol dich! Wo ist denn der? Auf dem Flugfeld! Ah ja, okay! Nein, ich bin vorne dran! Mit was holst du mich? Geht nicht! Sie geht nicht! Die Tore vom Flughafen gehen nicht auf! Ja, natürlich nicht! Aber da gibt's ne Lücke irgendwo! Ja, ganz vorne am Eingang! Ähm, wo dieses komische Flugzeugfrack ist! Warte, ich hab ne bessere Idee! Warte da an die! Okay! Gib dir was von mir! Ich geb dir jetzt mein Motorrad, dann kannst du über den Zaun fliegen! Hä, kommst du bei mir oder was? Ne, es ist hier bei mir! Ich flieg grad drüber, dann geb ich's dir! Und wie kommst du noch da raus? Ich hol in der Zeit nen Heli, weil wir müssen jetzt eh wieder zurück! So, Anni, wo bist denn du? Hier! Hier! Wo? Unten! Ich bin unten! Ah! Wie fliege ich das Ding überhaupt? So! Auf X fährst du die Flügel aus? Ähm, mit E gibst du Schub und halt, ähm, fliegen wie mit dem Flugzeug! Da kann ich fliegen! Ich schub ihn hoch! Woah! Waaah! Loll! Ah, dein Motorrad geschrottet! Ja, das ist ne Schlimme! Das lebt noch nicht! Häeh, häh, 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 häh! Sorry! aber du nicht mehr aber er ist ein bisschen näher gespawnt ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig damit zu fliegen ich weiß so wo muss ich jetzt hin da muss ich hin da ruhig weiter Schatz hier kommst du auf dem Flugfeld Scholl Heli ich will dein Motorrad haben ja dann holst du ja ja wo ist es auf der Karte ich markier's dir das liegt ist die Markierung in die Leine nein muss ich ja jetzt erst zerfliegen fahren lol wie weit muss ich denn fahren scheiße jetzt habe ich Polizisten überfahren scheiße jetzt habe ich auch noch einen Stern besser kann es doch gar nicht mehr kommen da wo bist du Schatzi folg einfach folg mir lol wo fahre ich denn hin mann egal Bullen loswerden ja super ich sehe dich nicht mann gerne super jetzt bin ich tot was Gott ja die Bullen haben mich umgebracht nix wollen durch die Vorräte wieder oben auf dem Ding holen ich habe wenigstens meine Kisse endlich warte ich hole mir hier hin was was willst du dir hier hin ich will sie ja das ist ein Torrad wo hier komm her zu mir wo bist du ja hier guck doch mal auf die Karte ja ich bin du bist grad an mir vorbeigefahren jetzt wo bist du um ob die alle Kisten ne ich muss doch einmal holen u wie fahre ich auf das Flugfeld ich schulde äh ich fordere schon mal ein Heli an wie mache ich die Flügel mit X holst du die Flügel raus oi jetzt stirbt der nächste gleich und mit E gibst du Schub und dann musst du fliegen wie mit Flugzeug ah ok ich soll schon die Kiste wiederholen aber die Flügel halt vorher raus machen ne mit X ich fordere schon mal ein Heli an du holst ein schnelles Paket also ich bin beim Paket und unten drum so ich hab das Paket auf dem Flugplatz ok also ich weiß ja nicht wie das Heim fliegen soll aber fliegen tut es nicht natürlich fliegt ich war grad draußen vorhin ich frage Andi ich selbst geflogen hast du überhaupt die Flügel draußen hab doch kurz ja ich hatte die Flügel draußen so und dann bist du wie mit dem Flugzeug abgehoben wenn du Schub gemacht hast du musst den Schub machen und dann auf 5 drücken ob würdest du mit dem Flugzeug abheben wollen hab ich gemacht ja dann bist du ja geflogen nö das Flugzeug ist weiter auf der Straße gefahren ja dann hast du die Flügel nicht draußen doch die Flügel waren draußen ne dann waren sie nicht draußen die Flügel waren draußen die müssen komplett raus fahren nicht das kleine Stückchen komplett bis sie groß werden ja wo seid ihr jetzt die Schulgeschabt soll ich stehen bleiben grad ja ja darf ich grad stehen komm gleich mit zum Flugzeug bitte mute keine Privatgespräche im Stream danke ja ich stell's mir gleich ein ich kann kann jetzt nicht das Spiel verlassen und lass da mich müde mach das was während des Flug ja und Schatzi du hast ja sowieso vorhin gesehen wie ich geflogen bin das Teil kann fliegen ja bei mir hast ich geflogen und ich hatte X vorher gedrückt ja waren die Flügel dann groß oder waren die klein die waren groß dann hast du's nicht richtig gemacht also Andi hat's geschafft ja willst du jetzt weiter am Boden fahren oder was äh ich bin halt schon auf dem Weg ne also wenn du dann kommst mit dem Haley dann kannst du mich abholen ja wenn du endlich mal stehen bleiben würdest ich denke du bist schneller als ich ja ich muss aber auch noch ein bisschen landen oder so weiter auf der Autobahn steht da ist vielleicht ein bisschen doof ja dann musst du fahren aber da vorne ist die Ausfahrt also da kann ich da rausfahren da kann ich schon reden dran halten huch oh was man hier mitmacht Arsch mal ein Trink erst meckern dass mein Motorrad nicht fliegt und dann noch mein Champagner wegsaufen ja du fliegst du darfst nicht trinken weißt du wie's heißt weißt du wie's heißt dieser Slogan don't drink and drive don't drink and fly heißt die Scheiße das heißt no smoke and fly dann fliegen wir mal zum Flughafen und ich gebe dir ein Oppressor Crestor ich gebe dir erstmal meine Mechanik anrufen das es mir bringt Zwischenzeit nee der kann im Augenblick nicht kommen ja wenn du fliegst kann er nicht kommen du Nuss ach so weil jetzt flieg ich nicht mehr jetzt komm Mechaniker naja der Stoll der ist echt gut so da ist er komm aber wenn du besoffen bist fliegst du nicht dann wartest du erst bis du wieder nüchtern bist ich bin ganz nüchtern